Weiter geht es in der Zombie Army Trilogy. Zurück nach Berlin. Tor zur Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Damit ihr oben erstmal den Ohrfuhr mappt. Ja, Wahnsinn. Vielleicht kommen Zombies mit ganz dem Bändchen am Arm. Was ist los, was ich hier auf dem Buzzer drücke? Auf X? Achso. Ja, ich muss ja auch noch. Okay, 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 okay. Da brennt es bestimmt die Hölle, wo wir hinfahren. Hölle, Wahnsinn. Die sind sehr begeistert aus, vor allem sehr geil. Ja, sehr geil. Geben wir vor, sehr geil. Schön auf die Mine. Sehr geil, geht vor. Sehr geil, ist betrugend und geht vor. Sehr geil, schwankend vor. So. Müssen wir mal aufpassen. Ja, hier erstmal in allen Gängen schauen, ob da eine Goldbahn direkt am Anfang liegt. Das kann ja auch sein. Oh, was wollen die hier? Warum springt die hier rum und helfen? Nimm ihn, ich hab ihn dir zugekickt. Oh, wo geht der denn hin? Oh, gib der rüber. Nein, du frisst keine Garderme an. Zombie Kevin. Ah, vielleicht können wir den LKW Arsch looten. Arsch looten. Glut Koblenz. So, gibt's hier auch irgendwo auf den Dächern? Gibt's hier Sachen? Gibt's hier Dächer, Sachen, Sachen, Dächer? Ach so, ja, könnte man mal schauen. Dächer, so, weiß schon, so Sachen auf Dächer und so. Ah, wer, wer stellt so ein Wein nicht gern auf Dächer? Ah. Wo lagert man denn denn sonst, bitte? Dächer an Sachen. Ah, das sind bestimmt Zombie-Goldfische drin. Wo waren die Wein auf die Dächer? Ah, ich wusste doch, Zombie-Goldfische. Ah, Falle! Hast du gerade durchgeschossen? Na, ich weiß auch nicht so. Ja. Oh, Scheiße. Einfach nur Scheiße. Ich sehe, Granate! Ja, Granate! 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 Ja, Granate, okay. Granate. Geil. Oh, Gott, nein! Soll's jemand anderen mit deinen Knochen verhauen? Oh, ein Goldbahn. Er lag im Wasser. Versteckt. Jetzt ist meine Hose ganz nass. Von innen. Von innen. Ja, von innen, ja. Tschüss. Wir würden auf das Schloss schießen. Ja, rein da. Rein da, rein da, rein da. Erstmal hinten schon. Soll, dass wir da hinkommen werden. Oh, das könnte nur Falte sein. Niemals! Wir würden niemals so Sachen hier einbauen. Davor durchrennen. Okay. Das sieht sehr, 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 sehr nach einer Falle aus. Okay. Oh, hier spritzt Kacke hoch. Warum machen die das? Ich weiß noch nicht so genau. Ich muss unbedingt da runter. Oh, ho, 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 ho. Oh, die Eier. Oh, doch mal die Eier. Oh, Gott, doch mal die Eier. Alter, ich habe durch blöde Aktionen zweimal meine Kombo abgebrochen. Ja. Der Moment, wenn du einen Millimeter neben den Zombieschädel schießt und deine Kombo versaust. Ja, der ist super. Stehe ich voll drauf. So, drittst du da lang. Gehe ich gerade hier rein. Ne, ich bin immer noch hier, weil du hast die ganzen Zombies getriggert und ich musste sie dann töten. Oh nein. Ja. Aber es hat Spaß gemacht, bis meine Kombi abgebrochen ist. Also, wenn es nicht beruhigt, da unten ist nix. Äh, was? Moment. What the fuck? Ähm, oh shit, Sniper irgendwo? Ja, da oben auf dem Tor. Ich habe ihm die Eier geschossen. Dem anderen auch. Ach ne, dem habe ich in die Brust geschossen. Schade. Ich wollte ihm doch zwischen die Beine schießen. Ach man. Meinst du, das fällt auf, wenn ich angebe, dass ich ihm trotzdem zwischen die Beine geschossen habe? Ich bin mir nicht sicher. Zählt das? Können wir das nicht mal zählen lassen, Sir? Oh Gott, ich schieße nie wieder rüber. Das reinbaust. Oh nein. Ja, ich schon. Ich bin gleich down. Oh nein. Ja. Ich war nur noch am treten, ich konnte nix anderes mehr machen. Keine Sorge, ich pack dir an die Eier. So geht's jetzt. Oh, mir geht's schon wieder gut, mir geht's schon wieder gut. Nein, 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 nein. Ich krieg das Beine schon irgendwie wieder dran. Oh, warte, 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 warte. Da ist noch Weinflaschen. Warte, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Ganz oben bei den Pferden, ganz das linke unten am Huf. Da steht ne Flasche Schießbar drauf. Ach da. Scheiße, wie soll man die denn sehen? Ja. Bullet Cam, jawoll. Das lustige ist, die Bullet Cam habe ich jetzt auch gesehen. Sehr schön. Sonst aber nicht, ne? Ne. Super. Ja, alter, die ist ja super klein. Ja, vor allem die braun. Hier ist alles braun. Ja. Das ist alles so grau und grau. Grau und grau. Ich darf mich dann irgendwann mal an eine Wand stellen und kack runter und dann schießt immer noch meine Kack. Allein mit seiner Weinflasche, die sich da langsam runter schlängelt. So, du hast das ausgesagt. Sehr gut. Hier ist noch ne Flintel, klau, oder Flinten-Money. Hier, falls du noch brauchst. Äh, äh, ist ja gut. Ähm, ach so, da vorne geht's weiter. Ich hab schon geguckt, wo geht weiter. So, go, wo geht weiter. So. Hallo, trett einfach zu. So, treten, treten, treten. Kann man machen. Dreht, 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 dreht. Einfach hier drüber stellen, über den Spawn und treten. Hehehe. 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 Ich stell mich zwei Meter, eh, drei Meter achtzig vor ihn. Ja, ich hab's gesehen. Ich dachte, den überlassen ich mal dir und dann so, oh je. Hehehe. Glückwunsch, du hast dir nicht in die Eier geschossen. Hehehe. Warte mal, wo müssen wir weiter? So, gute Frage, weil hier hinten, hinten geht's weiter. Ja, hier bei mir ist nämlich schon ein Weg, hab ich gerade gefunden. Äh, so gut. Wie gefunden hat er denn? Ganz alleine. Ohne Karte. Wo ist er denn? Ich hatte nicht mal nen Lagerplan von der Situation. Ja, hier Goldbarren. So. Jetzt. Was macht der da? Oh, warte, warte, warte. Da passiert was, da passiert was. Wie leuchtet's, wie leuchtet's? Hä? Darf ich wieder Leichen essen? Na, sieht nicht so aus. Achso, ne, das blinkt hier nur die Lampe, da flackert immer auf. Na gut. Aber da stand ein Skelett daneben, das ist dann aufgewacht, als du den Goldbarren genommen. Wenn du den Goldbarren nimmst. Oh. Sehr gut. Es war bestimmt auch was ganz Geheimes. Du hättest es einmal durchs Level kiten müssen und dann hättest hier irgendeine besondere Tür geöffnet. Oh, cool. Guck mal hier. Ja! Drehtspaß! Für die ganze Familie. Einfach kaputt drehen. Noch mehr! Ja! Hinter dir ist einer. Jeder kann man fahren. Es sind Leute so kleine Kinder, die aufs Skelette drehen. Hinter dir ganz viele. Oh shit. Das sind keine Skelette mehr. So, erstmal die Beine wegschießen. Oh, das war mein Nachbar. Sgt, wir haben ganz viele Menschen hier eingeliefert bekommen. Warte mal! Wollen wir da grad mal ins Haus? Das ist nicht aufgegangen. Auf jeden Fall. Ich schau krass mal. Das geht ja nicht mal ganz auf. Okay, nur ein bisschen Munition und so. Ein bisschen Munition, das ist meine Nahrung. Schön mal was zwischen die Kiepen schieben. Ja, irgendwas zwischen die Kiepen schieben, aber... In die Kiemer schieben. Oh, Scheiße. Keine Sauge, ich hab ne Granate hingeworfen. Ja, ich auch. So, Granaten-Action-Balls. Alter! Boah, bleib stehen! Drecksack. Ich hab immer noch einen Drecksack. Das ist eigentlich ziemlich gut, wenn einer mit der Flint vor dem steht, denen die ganze Zeit Stunt. Das hab ich vorhin schon ein paar Mal ausprobiert, aber da hat's nicht funktioniert. Leider. Das ist ja noch irgendwas. Naja, hier bestimmt auf dem Spielplatz in der Mitte da. Achso, ja, Flaschen sammeln, äh, suchen. Genau, das ist eine gute Idee. Naja, eine haben wir ja schon gefunden von, äh, 60. Ja. Wow. Ich fühl mich so glücklich. Gott, die stehen bestimmt so richtig beschissen überall rum. So richtig beschissen. Ich fühl mich sehr männlich. Was wollen die? Warum reden die? Hey, das ist doch mit mir. Warum sind die immer dieselben Bücher? Das ist verrückt. Oh, Granaten. Hallo. Ah, Typ 99 nehm ich wieder. Ein bisschen, ein bisschen Luca-Munition. Sexy Mosaic für sexy Jungs. Oh, guck mal, zwei MGs. Ja, lass uns das mal hier vorne gucken, oder? Wo denn vorne? Oh, ich weiß nicht. Also generell mal, vielleicht können wir ja schon was auslegen. Ich weiß nicht, ob das getriggert wird, indem wir nach vorne gehen oder wo wir einfach irgendwo drangehen. Hier gibt es aber wohl gleich eine Schlacht. Schlachtsaal, ey. Schlachtsaal. Schlachtsaal, ey. Oh, scheiße. Ok, ich leg mal eine Landmine hier hin. Und dann leg ich mal eine Landmine hier hin. Achtung, Achtung, Achtung. Und dann komm ich mal wieder zurück. Ja. Ups, irgendwas hab ich gerade richtig kaputt gemacht. Keine Haltung. Ich find's mir nicht. Oh, hinter dir. Oh! Aua, die Halt mich. Ja, die Sonne. Stift hier zurück. Och, nach, nach. Das ist echt aus der Hölle. Das hat die die Hölle erfunden. Oh, da kommt irgendwas wird's. Da brennen die Arme. Ja. Oh, ich hab gesagt, du sollst dich. Äh, ja. Äh, hinter dir. Vorsicht. Ja. Der da vorne beschwört welche. Hier. So, da doch, hä? So, da doch. Ja, Granaten mehr an. Mach Granaten scheiße. Können wir mal verraten, wie der kaputt geht? Muss man rausschießen, oder? Wahrscheinlich auch wieder auf einen Schädel, ne? Ja. Ja. Ja, du wieso, der steht schon wieder auf. Okay. So, jetzt. All das an unseren. Der steht ja schon wieder. Wieder weg. Ich leg mal, äh, ein Dynamit vor seine Füße. Achtung! Da liegt es! Ich dachte das nicht. Ich auch nicht. Ah. Geht der denn kaputt, Alter? Ich hab keine Ahnung. Weg, weg, der ist hinter dir. Hast du ein Feuerlöcher? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ach, vielleicht müssen wir hin? Ah, nein. Wir müssen nur drauf halten. Den hält ja was aus. Den hält ja was aus. Ich dachte, vielleicht müssen wir ihn niederschießen und dann halt im Nahkampf oder so töten. Bho, zwei oder drei von denen wär echt ein bisschen hart. So. Mein Gold dabei. Ich gehe erst mal ins Café. Hier sind Goldbaren. Vielleicht gehen drüben. Oh, gut. Hä? ich bin gerade drüber gelaufen habe den aber nicht aufgesammelt ok da liegt ein kopf guck mal auf dem sofa der hat ziemlich gemütlich ich gehe mal hier hoch und guck mal die scheiße da oben mal da geht es auch noch hoch und ich bin in einem raum wo alles verkehrt herum ist was ist los? guck mal da hängt einer an der wand der stand an der wand was ist los mit den leuten hier oh kann ich die Puppe da auch irgendwie anfassen? nö geht nicht also vielleicht kann man die kaputt schießen ich kann sie nicht anfangen ne ich auch nicht aber hier hinter der Tür hört man ja was ja vielleicht sollten wir die auch einfach so lassen wie sie ist aber vielleicht wird da gerade einer gefressen und wir könnten zuschauen ja genau deswegen ich hör was vielleicht Zombies? ich hab gehört hier soll es Zombies geben ich dachte nicht das böse Z-Wort ah super gut wenn man Zombies durchsucht die Hände riechen dann immer so gut danach wie wenn man Zwiebeln schneidet ja Knoblauch oh nein oh Verteidigungsscheiße wieder oh scheiße ich mag das nicht hier ist ein Panzer kann ich den nicht einfach benutzen oh guck mal hier ist eine Toilette und daneben ist ein schön großes Feuer okay kannst du kacken? kannst du kacken? kannst du kacken? musst nicht frieren dabei das ist super das Safehouse ist da drüben in der Bug... ach Burger was? ah vergiss es ich kann nicht mehr los Burger? Bug... hey wo kommt ihr denn alle her? ohh hör doch mal auf so Nachladesachen zu machen du Nachlade-Ding ey hör mal auf den... das Fass da rumzutreten du Nachlade-Ding Nachladesachen sind so 90er oh scheiße hinter uns hinter uns oi 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 du weißt wohl eher DEIN Problem tschüss Jens Rande tschüss Jens Rande sparen wir ja Rande in das Minen-Welt ja will denn? ich verstehe die Weltlinke okay Leute, Mine, viel Spaß Oh, da krabbeln ja immer noch welche. Schon ganz schön böse. Oh, nur ein bisschen. Oh, ich hab's gerade gesehen. Und dann hab ich zugetreten. Das war die Beste bitte, oder? Kommt mir noch welche, oder war's das? Das ist ein Arschgebäude. Oh, noch einer. Ja, puh! Du hast zugetreten und dann flog mir ein Kopf entgegen. Jaaa, Kopfball! Oh shit, da kommt nur einer. Ey, spring woanders da. Ich wollte drauf schießen, aber du standst so nah davor. Da hab ich gewartet, ob du wegläufst, aber nein. Ey, das weiß der wie es ist hier mit dem Weglauber. Ja, ja. Da kannst du auch einfach stehen bleiben und uns ins Gesicht bekommen. Äh, ja. Hahaha. Hahaha. Name deines Vordurtitels. Hahaha. 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 Boah. Ich glaube, ich spiel schon so lange dieses Game. Hahaha. Ich hab mal nach Flaschen abgesucht. Ah, doch da um. Ne, ach shit, das ist nur so ein... Hä? Moment. Das ist so pixelig, das könnte auch ne Flasche sein. Ich weiß, was du meinst. Ja, da bin ich schon vier oder fünf mal drauf reingefallen. Oh, ne Flasche. Oh, ne Flasche. Ja, wenigstens darf ich endlich in mein Haus rein, dass ich die ganze Zeit schon wollte. Mein Haus! Ja, ja, okay, ist deiner. Ich hab verstanden. Hier wieder. Mission für Munitions, boy. Oh, bei Drücken. Ihr macht Dinge, die ich nicht mag. Oh, hier ist ne neue Gewehre. Was nehm ich denn neu mit? Oh, ich weiß nicht. Ich bin immer noch so zwiegisch wollten. Springfield. Oder das Team 99. Da bin ich ja ganz gut mit gefahren, aber ich mag das G43. Wegen den 6 Schuss. Das ist immer ganz egal. Die M1 hat 15 Schuss, ne? Das stimmt. Die fallen einfach aus dem Fenster. Ja, warum? Haben wir schon wieder einen 9-11? Was siehst du? Achso, das ist ein Pferd auf nem... Ey, Snapper! Oh, jetzt wieder ne Puppe. Hallo! Oh, man kann keine Sache machen. Oh, hallo! Ne, da stand dann auch irgendwie irgendwas mit seltsames Spielzeug oder sowas. Ähm. Und das war ja in diesem Kinderwagen. Also ich hab nicht gesehen, ob es in dem Kinderwagen die Puppe war oder ob davor vielleicht noch was lag. Ja, ich seh immer noch... Guck mal, da winkt einer. Hallo! Winke, winke! Hallo! Winke, Mann! Winke... Winke, Mann! Ey! Fuck! 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 Einfach nur Fuck! Weg! Ich hab durch den Arsch des einen in die Hoden des anderen geschossen. Das ist merkwürdig, aber ich stimme einfach mal nicken zu. Es gibt doch Beschäftigte-Metalien! Ja. Kriegst wieder in Orden für... Wir wären so Dinge im Einsatz. Boah, welches Spiel war das denn, wo man sogar tatsächlich eine Trophäe bekommen hat, wenn man den zwischen die Beine schießt? Borderlands. Ah, das weiß ich nicht. Ne, war doch. Borderlands glaubst du auf jeden Fall auch sowas. Aber da gab's wahrhaftig ein Spiel, wo du in die Eier schießen müsstest. Also auf jeden Fall ein Sniperlied. Da gab's ein Trophäe. Wenn du dir die Hoden genau abgeschossen hast. Ja, genau. Das kann sein. Aber da waren doch noch mehr. Und da war noch ein anderes Spiel. Wir treffen Gegner. War das denn bei Division? Also Division hätte ich jetzt erstmal nicht auf dem Plan für sowas. Aber kann natürlich auch sein. Oh, was ist denn passiert? Oh, hallo! Oh scheiße, ich geh hier weg. Geil, dass ich die Granate erstmal in den Graben geworfen hab. Tschüss. Tschüss ihr Trotte. Jaaa, landen wir. Ja, ich mach nochmal einer. Da, für euch. Spielt damit. Nein, wieso wirst du die weg? Ach, verdammt. Wow, scheiße. Äh, alter. Warum? Ich hab auf dein Dynamit geschossen. Ich hab zwischen 6 Zombies durchgeschossen. Wie soll das denn gehen? Oh, god. Äh, nee. Geh weg. Alter, was geht denn hier ab? Weg. Weg. Finger weg. Okay, ich darf da auch nochmal der Methan so in die Mitte. Da. Und jetzt. Bäm. Freude. Party. Sylvester. Warte, der weg sind die Banken zu langsam. Kommt ein Sprenger. Achtung, Achtung, Achtung. Was macht der? Der redt immer noch. Was ist da los? Der ist tot. Oder? Nee, der ist gerade im Zickzack gerannt. Hat kurz gestoppt, ist weiter gerannt. Wieder gestoppt, weiter gerannt. Wieder gestoppt, weiter gerannt. Also der, der war hier bei mir war, der war schon längst tot. Und. Ach, mach die Zombies immer so. Der redet mit einer Flasche rauben. Der redet mit einem OP rauben. Der redet mit einem OP rauben. Ja, schießt du mal mit deiner komischen Fiff drauf. Oh mein Gott. Ich würde ja sagen, das hat Spaß gemacht. Oh, da geht's ja weiter. Hier geht's auch runter. Ja, runter geht's da. Moment, müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ah, sehr schön. Deswegen müssen wir runter. Und hier ist eine Munitionskiste. Oh, das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Sekundär. Sekundär. Und man kann ja erstmal schön in den Kanal kacken. Oh ja, das ist das beste. Ein kleines Schiffchen absetzen. Ich hab den Zahnstauer mit kleinen Stofffetzen. Gute Fahrt. Ich versteh ihn nicht. Ja, selber. Hör mich nicht an. Jetzt sind wir hingegangen, alle Leichen getreten. Siehst du dann, wenn wir nicht irgendwo, wenn wir dann zu einer anderen Division kommen, haben wir erst mal hingeraten, wo irgendwelche Typen auf dem Boden liegen, die hier zusammengetreten. Die sind wahnsinnig. Ich kann nicht mit denen arbeiten. Oh Gott. Die verletzen jegliche Menschenrechte. Ich dich doch wieder. Oh. Ich glaub, das ist das Level aus Sniper Lead 2. Oh Gott. Treten, nicht zielen. Ja, ja, ja. Das ist, äh, ein Level aus Sniper Lead 2. Sehr cool. Wenn man das gespielt hat, dann kann man das hier wieder erkennen. Ja, dann sagt man so, wow. Das kenne ich. Oh, das sieht gut aus hier unten. Oh, da lustige Sachen. Ja, ich such nochmal Flaschen. Opsala. 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 Oh, hier sind der Panzerfaust. Raketenpanzerfaust. Raketenpanzerfaust-Dinger. Der Bumms-Dings. Bumms-Dings aus Dingshausen. So, jetzt hier nicht runterfallen. Ich war so eine Kanade runter, aber soll schon passieren. Da 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 da. Oh, hallo. Sie kennen mich vielleicht noch aus Jagdfilmen wie Flinte ins Gesicht. Ja, Flinte. Ja, Flinte. Ich hab dir auch nix neu wieder ein, wenn du sagst. Flinte im Gesicht. Oh, mein Gott. Ich hoffe, ich darf hier gleich runter. Aber erst mal möchte ich da hinten doch was. Alles, wo wir auch weiterhassen. Oh, ich hab auch Krämpfe. Vielleicht brauch ich ein Kark. Nein! Ich bin durchgefacht. Ich hab mich grad sehr erschrocken. Oh nein. Ich komm mal zu dir. Ja, wir sollen safe aus. Ja, ich komm mal zu dir. Safe aus, Mann. Brauch safe aus, sag. Ja. Safe aus, Mann. Aus. Safe aus, Mann. Endlich wieder. Ja, Frau Ritter macht immer das ja. Dinger hier, Dinger da. Find ich toll. Ich weiß nicht, was der Mann da am Ende des, äh, metallischen Geräts mir erzählen möchte, aber ich werd's langweilig. Einfach nicken, nicken und klatschen. Am Ende auch. Die durchlaufen und nicken und Leute erschießen. Wie ne Rapp-Video. Ah. 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 Schneller lauf. Guck mal, die haben ja Leute aufgespießt. Oh, der Segel regnet jetzt auch von oben. Und es ist Kaltwasser. Wieso hat der kopflose Typ mich angesprungen? Tja, das weiß nur der kopflose Typ. Oh. Nette Geräusche hier aus, nett Geräuschhausen. Mhm. Da ist noch ein bisschen umschauen. Kann ich mal was einsammeln hier oder so? Hey, geh mal zurück ins Feuer. Äh. Ja, Mann. Zurück ins Feuer, Mann. Tritt ins Gesicht. Oh, Gott. Der ist auch voll daneben gereiert. Voll daneben gereiert. Ich fass das hier mal an. Schön, das sind wir. Oh, schön. Ficker. Ich hab was aufgehoben. Ficker. Oh, okay. Komm mal schnell durch. Oh, shit. Hier sind ein Mg-Schütze. Oh, gar nicht. Das ist ja schön. Oh, Schönenhausen. Da-da-da. Hallo, Mg-Schützenmann. Ja. Mg-Schützenmann. Oh, ich bin gleich down. Oh, shit. Da oben. Oh, Gott. Weil mich Skelette angefasst haben, wo sie mich nicht anfassen dürfen. So. Zuppelt noch, wollte ich sagen. Ne, zuppelt noch. Zuppelt noch. Zuppelt. Ja, das war super. Ja, springen durch Henster. Ja, da gibt's bestimmt auch noch Trophäe für. Ja, Trophäen, Mann. Das braucht Trophäen-Dinger. Ey, da schießt doch mich. Was soll das? Du da. Hey, was soll das? Weg mit dir. Trottl. Ja, hast gehört? Trottl. Ey, da, über mir ist noch einer. Direkt über mir. Oh, Trottl, Mann. Trottl, Mann. Oh, ich höre Dinger aus dem Zombie-Radio. Oh, nein. Ja, das sind nur die Feuerdinger. Ja, dann könnt ihr wieder ein Beschwerer da sein, ne? Oh, hier ist wieder eine Puppe. Oh, Puppe. Mann macht Puppensachen. Au, 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 au. Ah, ja, ja, ich versteh dich. Ich hab auch diese Leiden. Das nennt sich Stuhl. Ich war. Ah, ja, MG. Okay, hier kommt definitiv wieder so einer. Oh, Mann. Ich schau mal vorne, ob ich ihn anlocken kann oder so. Ja, Mann, ich guck den Gang runter. Ah, ne, hier ist keiner. Okay. Aber ich heb mal das Symbol hier auf. Vielleicht kommt dann was. Dann rennst du bitte zurück zu mir. Äh, der Tisch brennt. Ich hab ein Buch aufgehoben, jetzt brennt der Tisch. Warum zündest du immer Tische an? Ich weiß auch nicht, das passiert einfach. Ich hasse das. Alles, was ich liebe, fängt an zu brennen. Ja. Die kommen ja hier an der Tür. Warum? Warum Tür, Mann? Ja, jetzt hat er mal eine Combo. Und ja, da hinten ist einer. Und Zauberknilch. Äh. So, guck mal, wo die kommen. Aua, oh shit. Äh, nicht gut. Nicht gut. Aua, meine Eier. Oh, kacke. Von hinten kommen die auch. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Ganz viel kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Wieso schmeiß ich die Handgranate überhaupt nicht? Ach, ja. Das macht Spaß. Du hörst wie Grundschulmädchen. Ja. Oh, tschuldigung. Das darf man ja gar nicht mehr sagen. Es ist zwar wahr, aber man darf es nicht sagen. Oh, Gott. Verpisst er. Die sind nervig. Nervig und scheiße. Oh, wo? Oh, hier. Bei mir? Kann ich mit dem irgendwas machen? Kann ich den hauen? Ja. Ich würde auch versuchen brennende Menschen zu hauen. Oh, Gott. Oh, scheiße. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Weiter. Ich werfe meine Granate. Oh. Ups. Du schießt einfach durch den durch. Ich weiß nicht. Das bringt irgendwie nichts. Ich hab den ganzen geheimen Trick auch noch nicht verstanden. Ne, nur Kopf. Also wirklich nur Helm. Ja. Das bringt was. Ja. Ah, sieht doch gut aus. Oh, Gott. Ach stimmt. Ich glaube, wir haben sie besiegt. Ich hab nicht weiter geschossen. Shit. Stimmt. Wenn er kniet, muss man ja weiter schießen. Ja. Wenn er kniet, muss man ihm nochmal ins Gesicht schießen. Ah, das kenn ich. Oh, Gott sei Dank sind sie alle tot. Wobei, also, ich hab genau gesehen, wie du ihm die ganze Zeit, die Kugeln kamen halt vorne aus seinem Gesicht wieder raus. Das hat nicht gezählt. Irgendwie. Das war irgendwie ganz seltsam. Keine Ahnung, aber ich find's cool. Ah! Was ist hier los? Oh nein. Ach, nöö. Wo bist du? Hier. Kann man irgendwie markieren eigentlich? Eigentlich hast du ja die Markierung von mir, oder? Siehst du mich auf der? Ja. Oh. Das ist gut. Das ist richtig gut. Munition. Es ist Munition, ja. Munition! Oh, oh. So. Scheiße. Okay, Beschwörer können nur mittels Kopfschuss bezwungen werden. Eliminiere sie oder sie rufen immer neue herbei. Ja, danke. Jetzt beim dritten kriegen wir dann auch endlich mal die Info. Ist das mal ein Kabel? Oh. Super, ey. Der schmeißt sie viel zu weit, oder? Oder oben? Also, Beschwörer ist tot. Oh. Hä? Ist da noch einer? Oh, nicht gut. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, nein. Oh, nein. Das ist nicht gut. Oh, kacke. Oh, ich habe auch keine Artgranaten mehr. Oh, scheiße. Oh, nein. Das wird nichts. Ich bin gleich down. Oh, nein. Hier ist... Oh, Gott. Ach, zieh, 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 zieh. Überhaupt mir ist auch noch einer. Das war das Problem. Oh, nee. Nicht gut. Hier, Dynamit. Oh, kacke. Der hat mich gehauen, der Wichser. Der ist nicht Dynamit von mir. Also, genau unter mir. Nee, nur dieses Skelett. Jawoll. Ah. Hat mein Tod auch noch was gebracht. Hinter dir sind direkt welche. Scheiße. Ah. Oh, meine Fresse. Not Dynamit. Oh, scheiße. Weg, weg, weg. Ja, wir müssen den Beschwerer töten irgendwie. Ah, ja. Was kriegen wir denn? Oh, gut. Oh, kacke, Alter. Wie soll man das denn schaffen? Ich bin hier in einem Raum eingesperrt. Nee, ich hatte keine Chance. Oh, Gott. Das hab ich so oft auch hin. Ja, ja. Was denn jetzt? Ja, ich hab ihn. Oh, Gott. Komm ich da hin? Ah, hier bei mir ist grad alles frei. Ich hab alles getötet. Oh, ja, ja, ja. Oh, Gott. Ich dachte schon, ich plündere grad jemand. Ja, mich. Oh, ein Highlight Code. Das ist seltene Munition. Oh, Gott. Das war nicht cool. Hatte schon einen Grund, warum hier Sekundär-Munition stand? Ja. Oh, Gott. Meine Eier. Oh, Gott. Meine Kombo. Oh, Kombo. Kombo-Eier. Ja. Oh, Reliquie. Pack ich mir auch noch einen. Ah, cool. Guck mal, wie sie da stehen und uns geholfen haben. Ja. Plötzlich sind wir das fünfte Element. Ja. Das stimmt wohl. Oh. Oh. Oh, da bräust er. Oh, stimmt. Knackige Mell-Abrust. Da bin ich hin. Da war ein schöner Modelladen. Guck mal hier. Da gab's tolle Brezel. Oh. Ah. Wird sehr schön. Ins Feuer abgeschossen. Eine Flasche haben wir. Dafür fehlt uns ein Goldbarren. Aber wir haben schon ziemlich viel gesammelt in dem Level. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Habt einen schönen Tag. Ciao.